Tansania war für mich der Sprung in ein klassisches Unbekanntes, mit dem heutigen Output es mir gezeigt hat, dass grundsätzlich jeder Mensch, egal welche Herkunft, egal aus welchem Umfeld, wenn man ihm hilft, jeder etwas erreichen kann im Leben. Ich finde, dass Zugang zur Bildung für jeden Menschen ein Grundgesetz sein sollte, egal wo auf der Welt. Wir wollen mit unserer Stiftung mehr Zugang zu Bildung schaffen, gerade dort, wo es eben schwer möglich ist. Und das zum einen, indem wir kranken Kindern helfen, in einen gesunden Status zu kommen, um von dort die Bildung aufnehmen zu können. Oder indem wir Kindern, die keine Familie, keine Festigung haben in ihrem Leben, ein Zuhause, eine Gemeinsamkeit in einem Waisenhaus geben. Und dann natürlich, dass wir eben Schulen bauen. So, das neue Bildung von der Organisation von Patricia Kinderhaus hat uns hilft uns, wirklich ein großer Zahl der Studenten in unserer Schule zu erledigen. Wir prüfen Immobilien mit einer hohen Gründlichkeit und wenn wir hier eben helfen, Kliniken, Waisenhäuser, Schulen zu erstellen, dann sorgen wir dafür, dass wir jeden Euro, den wir als Spende bekommen, erstmal 100 Cent auch tatsächlich in die Bauleistung erfolgen. Well, what makes me happy is to see patients are happy. When they leave our hospital happy, they speak nicely about the hospital, they praise us for our services. Patrizia, being a foundation that supports children, definitely they have an important role in my job as a medical officer in charge. That is resources that are required to run the hospital, especially so to support this special group. Meaning that they support our infrastructure in terms of buildings. And services, or let me say generally medical services, we need a lot of resources. So wie wir langfristig denken, ist uns auch wichtig, dass wir die Organisationen, die wir auswählen, auch sehr langfristig organisiert sind. Nehmen Sie die Benedictina, die gibt es seit über 100 Jahren. Wir denken auch in Generationen, wir denken langfristig. Und dieses Zusammenspiel mit dem Know-how, das wir durch unsere Immobilien-Expertise mit einbringen, plus dass wir uns die besten operativen Partner mit einer Fortaussuchung können wir eins garantieren, dass wir den größten Mehrwert in den lokalen Gegebenheiten bringen und den höchsten Wirkungsgrad aus unserer Hilfe in der Gemeinschaft dort erreichen können.